Hast du dir schon mal über deine Sitzhaltung auf der Toilette Gedanken gemacht? Wahrscheinlich nicht und da bist du bei weitem auch nicht der oder die Einzige. Warum auch? Die üblichen Toiletten, die für uns in der westlichen Welt selbstverständlich sind, sind äußerst bequem und komfortabel. Die Haltung, die wir dadurch einnehmen, ist jedoch unnatürlich und andere als gesund. Sie kann zu Blähungen, Verstopfungen und Hämorrhoiden führen und im schlimmsten Fall langfristig sogar die Entstehung von Darmkrebs begünstigen. Deshalb möchte ich heute darüber sprechen, wie unsere natürliche Haltung beim großen Geschäft überhaupt aussieht und wie wir mit der modernen Toilette eine gesunde Darmentleerung gewährleisten können. Zunächst muss man sagen, dass unsere moderne Sitstoilette gar nicht so selbstverständlich ist, wie man es meinen könnte. Die moderne Sitstoilette gibt es in der westlichen Welt erst seit Ende des 19. Jahrhunderts, also seit weniger als 200 Jahren. Es hat zwar vorher schon sogenannte Leibstühle gegeben, auf denen man gesessen hat, die waren aber ausschließlich dem Adel vorbehalten. Jahrtausende zuvor haben die Menschen ihr Geschäft immer auf einer Hocktoilette verrichtet und auch heutzutage sind Hocktoiletten gängig und werden sogar von der Mehrheit der Menschen genutzt. Circa zwei Drittel der Menschen weltweit, vor allem in Asien, Südeuropa und den islamischen Ländern, benutzen Hocktoiletten. Das bedeutet, in Wirklichkeit sind unsere westlichen, modernen Sitstoiletten in der Minderheit. Und das ist auch gut so, denn die Hock-Sitzhaltung ist die Haltung, an die unser Körper evolutionär angepasst ist. Denn wie gesagt, für Jahrtausende haben wir unser Geschäft immer im Hocken verrichtet und auch bevor es überhaupt Toiletten gab, haben wir natürlich direkt in die Natur gekackt und uns dafür natürlich auch hingegockt. Und das spiegelt sich in der Physiologie der Stuhlkontinenz wieder, also in den natürlichen Körperfunktionen, die uns die Fähigkeit geben, den Stuhlgang willkürlich zurückzuhalten. Gewährleistet wird diese Kontinenzfunktion durch das Kontinenzorgan, bestehend aus verschiedenen anatomischen Strukturen, die im Zusammenspiel das Zurückhalten des Stuhlgangs ermöglichen. Und zu diesen Strukturen gehört neben dem inneren und äußeren Schließmuskel, das ist ja so das Erste, was einem einfällt, auch die sogenannte Puborektalis-Schlinge. Die besteht aus dem Puborektalis-Muskel, der seinen Ursprung am Schambein hat und quasi eine Schlaufe um das Rektum herum bildet. Dadurch zieht die Puborektalis-Schlinge das Rektum nach vorne zum Bauch hin, sodass ein Knick entsteht, der den Analkanal verschließt, vergleichbar mit einem Knick im Gartenschlauch. Im Ruhezustand, also wenn kein Stuhldrang besteht, erzeugt dieser Knick eine Abwinkelung des Analkanals von etwa 90 Grad. Man spricht dabei vom sogenannten anorektalen Winkel. Das bedeutet, wenn wir stehen, ist der Puborektalmuskel stark angespannt und knickt den Darm ab, damit wir uns nicht ungewollt entleeren. Wenn wir uns jetzt aber hinhocken, um unser Geschäft zu verrichten, entsteht ein 35-Grad-Winkel ungefähr zwischen Rücken und Oberschenkel. Und durch diese Haltung entspannt sich der Puborektalmuskel, dadurch vergrößert sich der anorektale Winkel und der Enddarm öffnet sich vollständig, sodass wir uns ohne Anstrengung vollständig entleeren können. Das ist also ein wunderbarer evolutionärer Mechanismus. Die Puborektale-Schlinge gewährleistet unsere Kontinenz, also dass wir uns nicht ungewollt entleeren. Wenn wir aber die natürliche Hockposition einnehmen, können wir ohne Pressen, ohne Probleme das große Geschäft verrichten. Das ist also der natürliche Mechanismus, so wie es die Natur vorgesehen hat. Jetzt ist aber die Frage, wie wirkt sich unsere Haltung auf einer modernen Sitztoilette aus? Auf einer modernen Toilette sitzen wir wie auf einem Stuhl. Oberkörper und Oberschenkel bilden dabei nicht wie in der Hock-Sitz-Haltung einen 35-Grad-Winkel, sondern ungefähr einen 90-Grad-Winkel. Und das wirkt sich wiederum auch auf den Puborektalmuskel aus. Der Analkanal ist zwar nicht mehr so stark abgeknickt, wie es im Stehen der Fall ist, er ist aber auch nicht vollständig geöffnet, weil wir eben nicht die Hockposition einnehmen. Das bedeutet, der anorektale Winkel, also der Knickwinkel im Enddarm, vergrößert sich. Er vergrößert sich aber nicht so stark oder nicht stark genug für eine vollständige Öffnung des Enddarms. Klar, wir können unser Geschäft auch mit einem leicht abgeknickten Enddarm verrichten. Der Druck des Kotes auf die Darmwand sorgt nämlich für ein leichtes Erschlaffen des Puborektalmuskels. Wir müssen aber deutlich stärker pressen, weil wir den Kot durch den abgeknickten Darm drücken müssen. Heutzutage ist es ja für die meisten Menschen schon normal, auf die Toilette pressen zu müssen. Es ist aber auf jeden Fall nicht natürlich. Durch den Knick ist es außerdem anatomisch nicht möglich, den Darm vollständig rückstandsfrei zu entlernen, weil immer ein kleiner Kotrest an der Stelle vor dem Knick verbleibt. Und daraus ergeben sich diverse gesundheitliche Konsequenzen. Ein wesentliches Problem ist, dass durch das starke Pressen die Entstehung von Hämorrhoiden stark gefördert wird. Hämorrhoiden sind im eigentlichen Sinne ein Gefäßpolster am Übergang vom Rektum in den Analkanal. Dieses Gefäßpolster ist schwammartig mit Blut gefüllt und dichtet das Rektum ab und verhindert so den Austritt von Flüssigkeiten und Gasen. Die Hämorrhoiden gewährleisten die sogenannte Feinkontinenz. Das ist also auch ein Aspekt der Stuhlkontinenz, der dazu beiträgt, den Stuhl zurückzuhalten. Das bedeutet, die Hämorrhoiden dichten unser Rektum ab, damit wir uns nicht ungewollt entleeren. Wenn wir aber unser Geschäft verrichten müssen, entleeren sich die Hämorrhoiden und ermöglichen den Stuhlgang. Das, was man aber in der Regel meint, wenn man von Hämorrhoiden spricht, ist ein Hämorrhoidal-Leiden, bei dem das Gefäßpolster krankhaft vergrößert ist. Und das ist nicht zu vernachlässigen. Schätzungen zufolge sind rund 80 Prozent, der über 30-Jährigen zumindest einmal im Leben davon betroffen. Das fällt aber nicht immer auf, weil vergrößerte Hämorrhoiden in frühen Stadien auch asymptomatisch bleiben können. Das heißt, wir bekommen davon gar nichts mit. Die Hauptursache für ein Hämorrhoidal-Leiden ist zu starkes Pressen beim Stuhlgang, was eben auf einer herkömmlichen Sitztoolette zwangsweise der Fall ist. Und durch den erhöhten Druck auf das Gefäbe verschieben sich die Hämorrhoiden dann immer weiter nach außen und werden dabei größer. Und erst dadurch kommt es dann zu den üblichen Symptomen, zu einem mehr oder weniger starken Juckreiz und zu einem Brennen. Und Schuld daran ist eben unter anderem die falsche Sitzhaltung auf unseren modernen Toiletten, bei der wir grundlos stark pressen müssen und die Hämorrhoiden schädigen. Die Sitzhaltung spielt auch eine Rolle bei der Entstehung von entzündlichen Darmerkrankungen. Sie sorgt, wie vorhin angesprochen, dafür, dass der Enddarm abgeknickt wird und somit Kotreste in den unteren Darmregionen verbleiben. In diesem Gebiet fördern die Kotreste dann die Ausbreitung von schädlichen Bakterien. Und diese Bakterien breiten sich so stark aus, dass der Körper mit einer Entzündung reagieren muss, weil er sie sonst nicht mehr los wird. Eine Entzündung ist per se natürlich nicht schlecht, sondern erfüllt den Zweck, in dem Fall die Bakterien zu beseitigen. Wenn wir unseren Darm aber dann dauerhaft und vollständig entleeren und immer Kotreste zurückbleiben, werden die Entzündungen schnell chronisch und die Entstehung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wird begünstigt. Und dadurch wird langfristig sogar die Entstehung von Darmkrebs begünstigt. Und das ist interessant vor dem Hintergrund, dass Darmkrebs direkt nach Brustkrebs die zweithäufigste Krebsart in Deutschland ist. Über 95% der Darmkrebstumore sind kolorektale Karzinome. Das sind Tumore, die im Grimmdarm, das ist der größte Teil des Dickdarms, und im Mastdarm, dem Rektum, sitzen. Und der Großteil dieser kolorektalen Karzinome, nämlich ca. 50%, sitzen im Rektum. Also genau da, wo Kotreste zurückbleiben, weil sich die puborektale Schlänge nicht vollständig gelöst hat. Um diese Risiken zu vermeiden und eine gesunde Haltung einzunehmen, müssen wir jetzt aber nicht wieder anfangen, in den Wald zu kacken und müssen genauso wenig die Toilette rausreißen. Wir können die gesunde Hockposition auch mit unserer modernen Toilette erreichen. Nicht, indem wir die Toilette absinken, sondern indem wir den Boden mithilfe eines Toilettenhockers erhöhen. Das ist ein Hocker, den wir direkt vor die Toilette stellen, auf den wir dann die Füße stellen können, sodass sich die Knie anheben und näher an den Oberkörper kommen. Der Oberkörper neigt sich dadurch leicht nach vorne und der erforderliche 35-Grad-Winkel zwischen Rücken und Oberschenkel entsteht, sodass sich die puborektale Schlinge vollständig lösen kann und wir uns viel leichter entleeren können. Und das hat man auch genau untersucht. Man hat die Teilnehmer einer Studie in drei verschiedenen Positionen ihr Geschäft verrichten lassen. Einmal auf einer ganz normalen westlichen Standardtoilette, dann auf einer etwas niedrigeren Toilette und in einer vollständigen Hockposition. Und die Teilnehmer sollten damit einer Stoppuhr die Zeit aufzeichnen, die sie für eine zufriedenstellende Darmentleerung benötigt haben und zusätzlich beurteilen, wie viel Druck sie in den unterschiedlichen Positionen aufwenden mussten. Und dabei hat sich herausgestellt, dass alle Teilnehmer in der Hockposition weniger Zeit auf der Toilette gebraucht haben und subjektiv auch deutlich weniger stark pressen mussten. Dabei kombiniert der Toilettenhocker die gesunde Haltung einer Hocktoilette mit dem Komfort einer Sitztoilette, weil es in einer Hockposition ohne Hocker natürlich auch schnell anstrengend werden kann. Wer einen passenden Hocker zu Hause hat, kann den einfach voll die Toilette stellen und benutzen. Es gibt aber auch spezielle Toilettenhocker, die für den Einsatz auf der Toilette entwickelt worden sind und somit genau die richtige Höhe haben. Die bekommt man tatsächlich auch recht preiswert. Einen guten Toilettenhocker verlinke ich dir einfach mal in der Videobeschreibung. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte dir heute einen Gesundheitstipp geben, den du direkt umsetzen kannst. Wenn das der Fall ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere natürlich auch den Kanal für mehr Wissen rund um einen gesunden Lifestyle. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.